und damit herzlich willkommen zu einem weiteren blog von mir heute sind wir in norwegen angekommen und wir schauen uns jetzt erstmal die location hier an die hotelanlage und dann springen wir euch rein in diesen see davon haben wir auch noch eine sauna gerade entdeckt und anschließend gibt es noch eine boot tour das schauen wir uns alles an und ich nehme euch mit aber als erstes legen wir da vorne mit der drohne hoch und verschaffen uns einen überblick ein equipment video kommt auch noch die tage dann zeige ich euch alles was wir mitgebracht haben verschiedene drohnen verschiedene action kameras und was für kameras wir allgemein haben und ich würde sagen ich melde mich wenn wir euch die die location gezeigt haben so wir sind jetzt hier unsere boote stehen schon bereit also tanu oder wie man die nennt wir gehen jetzt hier in den see rein und lassen die drohne dabei steigen gopro haben wir auch dabei schneiden wir uns an den kopf und dann habt ihr ein paar aufnahmen hier haben wir schon einige teams ich glaube wir sind zu zweit dann in jeweils einem boot wir also wenn nur und ich habe noch keine erfahrung wir schauen mal was sich so ergibt aber ich würde sagen wir starten das schon mal und ich melde mich ich treib euch ab jungs ich kann das nicht verhalten alles hängt an diesem einen stamm ja halt mal ein bisschen höher ich hab mal richtig hoch warte oh mein gott wir haben das nicht mehr 1. 2. 3. 3. 4. 5. 5. 7. 7. 7. 9. 11. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir sind jetzt fertig, ihr habt gesehen, wir sind reingesprungen, wir haben durchgezogen Wir gehen jetzt was essen Mit den Boys So, das war's mit dem zweiten Block Ich hoffe, euch haben die Aufnahmen gefallen Wir waren Kanu fahren Und haben hier ein bisschen chill in der Anlage hier Ich kann schon mal kurz filmen Das ist unsere Anlage Und wir fahren jetzt erstmal weiter Wir gehen wandern mit diesem Bus Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat Gibt uns einen Daumen nach oben Und abonniert Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Block